Je mehr Ehrlichkeit wir gegenüber uns selbst aufbringen, desto näher kommen wir zur Wahrheit. Je ehrlicher wir sind, desto mehr sind wir in der Lage zu erkennen, was wertvoll ist und was wertlos ist. Wir lernen zu unterscheiden und wir lernen aufzugeben bzw. zu vergeben. Solange wir dem Wertlosen irgendeinen Wert beimessen, sind wir in der Welt, halten wir uns selbst in der Welt fest. Wir glauben, das Wertlose könnte uns irgendetwas geben. Schlussendlich bedeutet es, solange wir am Vergänglichen festhalten, solange sind wir an die Welt gebunden. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alles verschenken, verkaufen oder irgendetwas tun sollten. Wir sollten einfach die Dinge, die wir betrachten, die wir haben und betrachten können, als das sehen, was es ist. Es ist vergänglich und somit nicht ewig. Und alles, was nicht ewig ist, ist nicht vom Ewigen. Denn der Ewige kann nur Ewiges erschaffen. Und solange wir uns mit dem Vergänglichen identifizieren, glauben auch wir, etwas Vergängliches zu sein. Und deshalb ist die Lektion, und ich lade dich ein, diese noch einmal durchzulesen, diese Wiederholung 133 bzw. 134, so hilfreich. Ich will dem Wertlosen keinen Wert beimessen und lass mich die Vergebung wahrnehmen, wie sie ist. Was in der Welt ist für dich noch wertvoll? Wenn du dich dem Ewigen zuwendest, wirst du alles erhalten, was du benötigst. Und das ist sehr offensichtlich, sehr klar und will erkannt bzw. gesehen werden. Und in der Lektion 133 hat uns Jesus Anhaltspunkte gegeben, nach denen wir vorgehen können und indem wir dieses anwenden, werden wir mehr und mehr Schritt für Schritt das Wertlose aufgeben können. Zum einen müssen wir verstehen, dass es hierin keine Kompromisse gibt. Es gibt wirklich keine. Und solange wir noch Kompromisse machen, solange sind wir verwirrt tatsächlich. Wir sind geistig unklar. Wir glauben, hier oder da könnten wir noch Ausnahmen machen, aber diese Ausnahmen sind Kompromisse, die wir eingehen und die uns keinen Schritt voranbringen. Und das Ego liebt Kompromisse und lässt uns glauben machen, dass dies hilfreich ist, dass uns dies verschiedene Wahlmöglichkeiten offen lässt und letztendlich wählen wir immer nur das Leiden, wenn wir Kompromisse eingehen. Und klar, die Dinge, die wir wählen, die sind nicht ewig. Und solange wir das Ewige nicht wählen, ist es wertlos. Ein vorübergehender Wert ist ohne Wert. Und die Zeit kann niemals einen Wert wegnehmen, der wirklich ist. Und das sollten wir uns immer wieder fragen, ist dies, was ich hier wählen möchte, von Dauer? Und natürlich ist es klar, wenn wir beschließen, irgendjemanden irgendetwas wegzunehmen oder glauben, dass wir von irgendjemandem irgendetwas benötigen, um reicher oder glücklicher oder ähnliches mehr zu sein, dann bleibt uns nichts übrig. Dann bleibt uns überhaupt nichts übrig. Wir haben dann schon alles verloren und wir reduzieren uns auf einen Verlierer. Kennst du dieses Gefühl, ein Verlierer zu sein? Ich glaube, jeder kennt das. Und woher kommt dieses Gefühl? Zum einen, weil wir Kompromisse eingehen, zum anderen, weil wir das Vergängliche wählen und weil wir immer wieder mal das Gefühl haben, von jemandem etwas zu bekommen, dass wir ihn entweder wegnehmen oder das wir nicht verdient haben. Weshalb triffst du eine Wahl? Weshalb triffst du eine Entscheidung? Was zieht deinen Geist zu dieser Situation hin? Welchem Zweck dient es? Das ist das alles Entscheidende. Und Jesus liebt es, wenn du dir diese Frage stellst. Angenommen, du hast irgendein Vorhaben, kannst du dich immer fragen, wozu dient es? Und wenn du feststellst, dass es dem Vergänglichen dient, beziehungsweise deinem persönlichen Freuden, kannst du eine andere Wahl treffen. Ich treffe die Wahl für den Ewigen, für das Ewige. Ich treffe die Wahl für den Frieden. Und hierin werden wir natürlich am meisten getäuscht. Jedoch durch die Praxis wird die Täuschung offensichtlich. Und wenn sie offensichtlich ist, dann geben wir sie auf. Aber solange wir die Täuschung nicht bemerken, sind wir Opfer der Täuschung und glauben, Entscheidungen treffen zu können, von denen wir persönliches Wohl oder Glück erhalten. Und wie gesagt, dann haben wir alles verloren. Und das Ego ist ein Meister in der Täuschung. Doch durch diese Fragen, die du dir stellen kannst, in jeder Situation, wird der Meister der Täuschung enttarnt. Und dann wirst du mehr und mehr erkennen können, was wertlos ist und das wirkliche Wertvolle dadurch annehmen können. Und das, das sei vorweggenommen, das machen wir in der Regel nicht von heute auf morgen. Es ist ein langer Prozess. Wir glauben manchmal, wir kommen, dass wir mit dem Kurs in Wundern, wenn wir mit dem Kurs in Wundern in Berührung kommen, dass Geld etwas Wertvolles ist. Dass unsere persönlichen Besitztümer etwas Wertvolles sind und wir mehr von dem benötigen. Aber alles, was wir dadurch tun, ist weiteres Leid zu verursachen. Denn wir wollen immer mehr von dem, wovon wir glauben, dass es wertvoll ist. Und derjenige, der sich zum Lehrer Gottes entwickelt, gibt mehr und mehr von dem Wertlosen auf. Also er gibt dem keine Bedeutung mehr. Die Bedeutung schwindet dahin. Und dennoch ist es noch da und strahlt und leuchtet nun in deinem Geist. Da, wo vormals Angst und ein Festhalten war, beginnen die Dinge nun zu leuchten. Schau dir alles an, wenn du möchtest. Schau dir all deine Besitztümer und all deine Dinge an, von denen du glaubst, dass sie wertvoll sind. Sie sind wertlos. Und das für sich selbst zu erkennen, du ahnst es schon, bedarf großer Ehrlichkeit. In die ich mich heute gerne begeben werde. Ich erlaube mir heute, die Dinge anzuschauen. Hinzuschauen. Ehrlich zu sein. Und auch zu erkennen, was tue ich mir dadurch immer wieder selbst an, wenn ich dem wertlosen Wert beimesse? Welches Leid rufe ich da immer wieder hervor? Was ist es, dem ich wert beimesse? Welche körperlichen Sorgen haben wir, die uns für wichtig, für unser Wohlbefinden oder Sicherheit oder Sicherheit oder Image erscheinen? Was machen wir, wenn wir glauben, angenommen, du bist jetzt krank und der ganze Wert ist deine Gesundheit, was ich durchaus verstehen kann, du möchtest so schnell wie möglich gesund werden. Welchen Wert gibst du der Gesundheit? und schon ist das nächste Leiden wieder vorprogrammiert. Gib allen Wert dem Ewigen. Gib allen Wert dem Ewigen, damit du gesunden kannst, denn Symptome sind niemals die Wahrheit. Symptome sind immer Illusionen und Täuschungen, auch eine Krankheit gehört dazu. Und dann tun wir alles, um gesund zu werden und merken nicht, um was es sich wirklich dreht. Was tun wir alles, um unser Image zu erhalten? Schau dir dein Image an, das du dir zugelegt hast. Vielleicht bist du ein wohlhabender Mensch geworden, der diese und jene Dinge besitzt, mit denen er seinen Selbstwert aufgebaut hat. Es ist wertlos. Es ist wirklich wertlos. Schau dir dein Image an. Schau dir deine Ideen an, von denen du glaubst, dass sie dir noch Sicherheit geben. Wovon versprichst du dir Befriedigung? Warum tust du das, was du tust? Was ist der Zweck? Wie möchtest du deine Zeit nutzen, die dir gegeben ist? Wie möchtest du die Zeit weiterhin nutzen? Indem du ständig Kompromisse machst, um dein doch sehr brückeliges Image aufrecht zu erhalten? Oder möchtest du die Zeit wirklich nutzen, all das einmal ehrlich zu hinterfragen? Du wirst du die Bedeutung Du wirst es sowieso verlieren. Aber wenn du es aufgibst, wenn du die Bedeutung aufgibst, die du den Dingen gegeben hast, dann kannst du überhaupt nichts mehr verlieren. Ich möchte dem Wertlosen keinen Wert mehr beimessen. Da ist so viel Heilung drin. Da ist so viel Trost dabei. Denn du wirst dich in Sicherheit finden und deine Sorgen werden schwinden. Es ist doch völlig sinnlos, sich um Vergängliches zu sorgen. Stimmt's? Und wer sich immer nur auf das Ewige ausrichtet, indem er sich zum Beispiel einfach immer nur fragt, wozu dient es, was ich hier tun möchte? Dann wirst du leicht, leichten Schrittes vorangehen, weil deine ganze Aufmerksamkeit immer nur in das Vertikale ausgerichtet ist. Was willst du wirklich? Was willst du wirklich? Zu sagen, dass du die Wahrheit willst und dich dennoch um deine persönlichen Dinge ängstigst, das verwirrt dich. Das verwirrt uns. Also was willst du wirklich? Es ist leicht zu sagen, ich möchte die Wahrheit, aber danach zu leben, seine Gedanken danach auszurichten, ist etwas ganz anderes. Du merkst es schon. Und dieser Kurs bzw. der Weg zur Wahrheit lässt einfach keine Kompromisse zu. Und deshalb lass auch du sie nicht mehr zu. Oder erkenne, wo du bisher Kompromisse eingegangen bist und gib diese auf. Das ist so hilfreich und wertvoll. Was wollen wir wirklich? Was glauben wir, was uns wirklich glücklich machen wird? Frage dich ja das einmal selbst. Hey, was wird mich wirklich glücklich machen? Denn mir kann nur eine Antwort auftauchen. Die Hingabe zum Ewigen. Die Hingabe zur Quelle, die Hingabe zu Gott. Das wird mich glücklich machen. Und du merkst sehr genau den Unterschied, wenn du glaubst, du müsstest dich deiner Arbeit hingeben, um die nächste Miete oder Rate zu bezahlen. Du kannst auch während deiner Arbeit dich dem Ewigen hingeben. Ausgerichtet sein auf die Liebe. Das ist möglich. Was hältst du für wichtig? Was hältst du für wichtig? Und wofür ist das alles gut, was du machst? Welchen Sinn und Zweck hat es? Stelle dich heute, wenn du möchtest, diesen Fragen, um eine Selbstermächtigung zu erfahren, die jenseits dieser Welt existiert. Wofür ist das alles gut? Schau dich um. Schau deine Wohnung an, schau dein Haus an, schau dein Auto an, deine Besitztümer, deine Finanzen. Wofür ist das alles gut? Hält es dich in der Welt fest? Ja. Solange du dem Wertlosen noch wert beimisst, hält es dich, anders formuliert im Leiden fest. Und du siehst, große Ehrlichkeit ist erforderlich, auf dem Weg zur Wahrheit hin. Und jetzt lass dich nicht von des Ego Stimme irritieren, das dir zuruft, hey, wir haben hier etwas zu verlieren, komm lieber mit mir, hier wirst du noch genügend mehr besitzen oder etwas, ein besonderes Glück erfahren oder dieses oder jenes. Lass dich davon nicht täuschen. Wozu dient es? Was hältst du für wichtig? Wofür ist es gut? Und du weißt, ich liebe es, solche Fragen in den Raum zu bringen. damit wir beginnen zu erwachen. Letztendlich ist alles, was um dich herum ist, alles ein Ruf nach Liebe. Und deshalb Liebe alles, was du berührst, siehst und denkst. Dann wirst du Schritt für Schritt in eine Wahrheit geführt, die uns vom Ewigen schon gegeben wurde und wir es durch unsere Besonderheit und 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 den Dingen, denen wir wert beigemessen haben, vergessen haben. Das Wertlose ist wertlos. Daran kommen wir nicht vorbei. Egal egal, wie sehr wir glauben, dass hier doch oder das noch etwas von Wert hat, das Wertlose ist wertlos und das Wertvolle ist wertvoll. Und so lerne auch du durch deinen inneren Lehrer kompromisslos zu werden diesbezüglich. Nicht hart. Viele Menschen verwechseln und das habe ich früher auch getan Kompromisslosigkeit mit Härte. Sei weich, damit du dir keine Schmerzen mehr zufügst. Und natürlich führt uns die Vergebung in unsere Sanftheit hinein. Wir verlieren mehr und mehr die Härte gegenüber uns selbst. Und wenn wir die Vergebung wahrnehmen, wie sie ist, dann lassen wir den vertreten Sinn, den das Ego mit Vergebung assoziiert, dann geben wir das auf. Vergebung beziehungsweise Verzeihung wird nicht für das erbeten, was wahr ist, sondern Vergebung kann immer nur dort angewendet werden, was falsch ist. Illusionen, die wir gemacht haben, Schatten gestalten, Schattenwerte, Schattenbesitztümer und ähnliches mehr. Schattenbeziehungen. Und das aufzugeben ist so hilfreich. durch die Vergebung. Und die Hauptschwierigkeit, die wir bei der Vergebung haben, ist, dass wir glauben oder dass wir immer noch glauben, wir müssten die Wahrheit vergeben und nicht Illusionen. Das bedeutet, irgendjemand hat dir irgendetwas angetan und du glaubst, dies ist wahr. Und von dir wird jetzt verlangt, dass du die Wahrheit vergeben müsstest. Und das funktioniert nicht. Solange wir glauben, wir würden die Wahrheit vergeben, täuschen wir uns. Wir vergeben immer nur Illusionen, denn nur Illusionen können vergeben werden. angekommen. Angenommen, du siehst irgendeine Ungerechtigkeit in der Welt und da kannst du natürlich genügend finden. Und wir sind aufgefordert, diese Ungerechtigkeit, die wir sehen in der Welt, in unserem Geist zu vergeben. Aber solange wir glauben, dass diese Ungerechtigkeit wahr ist, ist es für uns unmöglich zu vergeben. Und so lassen wir, und so wir wollen verstehen, dass die Welt eine Projektion ist. Wir wollen verstehen, dass eine Projektion eine Illusion ist und diese vergeben werden kann. Also, wir werden erneut daran erinnert und wir sind so weit gegangen bis jetzt, dass wir nur Illusionen vergeben können und dass wir durch unsere Augen nur Illusionen sehen. Illusionen hören und riechen. Wahrnehmung wird durch Projektion erzeugt. Und das ist offensichtlich und das wird uns heilen und das wird uns mehr und mehr erkennen lassen, dass die Welt, die wir sehen, vollkommen wertlos ist. Dies scheint für den ein oder anderen sehr unangenehm zu sein, was er jetzt hört oder was er durch diese Lektionen erfahren kann. Und dennoch irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt, den du wählst, du kannst ihn auch jetzt wählen, wirst du erkennen, dass es so ist. Und dann wird dich das Wertlose nicht mehr verführen können und dann wirst du verstehen, was Vergebung wirklich ist. Noch einmal rufe ich dir zu, du vergibst niemals, was wahr ist. Du vergibst immer nur Illusionen. Und dann bist du aufrichtig, aufrichtig zu dir selbst. Das Falsche wird aufgegeben und in deiner Aufrichtigkeit wirst du eine immense Klarheit in deinem Geist erfahren. Du wirst dich auf eine Art und Weise erkennen können, die jenseits dessen ist, was du dir bisher vorgemacht hast. Denn deine Image Maske wird fallen. Und jeder von uns trägt eine Image Maske, solange die Wahrheit noch nicht erkannt wurde. Der eine ist der Rebell der andere ist der Wohlhabende, der andere ist das Opfer. Ein Image ist auch krank zu sein. Ein Image ist auch ein guter oder schlechter Familienvater zu sein oder viele Fehler gemacht zu haben. Aber die meisten und alle verteidigen das, wovon sie glauben, dass sie sind. Gibt ein falsches Image auf. Es hat keine Bedeutung mehr, denn es hält dich am Wertlosen fest. Du bist jetzt hier, hier und jetzt und existierst durch das reine Sein. Du kannst den Gesang Gottes jetzt wahrnehmen. Die Welt geschieht, dieses und jenes geschieht und geschieht nicht. Alles ein wunderbares Schauspiel der Illusion, die mehr und mehr an Wert verliert. Denn du bist ein Geist Gottes für immer und ewig. Lausche, fühle, höre, sei in diesem Gewahrsein jetzt. Geist. 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 Geist.